Hallo, 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 liebe Freunde und willkommen zurück zu Star Wars Episode 1, die dunkle Verzeihung, genau. Ich melde mich zurück aus meiner kleinen Weihnachtspause und freue mich, dass ich wieder bei euch bin und dass ihr immer noch da seid. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Weihnachtsfest und wir, wir gucken jetzt, dass wir die Ersatzteile für Anakin bekommen. In den Kommentaren meinte letztens jemand, ich sollte nochmal zu Barbo gehen und alle Dialogoptionen mit Barbo durchgehen, weil ich da wohl irgendwas vergessen hätte. Gucken wir mal, Barbo war hier, glaube ich. Nö, da nicht. Warte, Barbo, ich muss mit dir reden. Wenn Sie gute Geschäfte machen wollen, sollten Sie in Barbos Laden kommen. Ich versuche gerade mit dir zu reden, Barbo. Wenn Sie gute Geschäfte machen wollen, sollten Sie in Barbos Laden kommen. Oh, Barbo. Komm, Barbo, ich bin da, also ich bin da, du nicht. Ich würde mich... Da schießt doch jemand. Habt ihr es gehört? Irgendwie ein Ballert da. Ich versuche meinen Podracer rechtzeitig vor dem Rennen zu reparieren. Mit dem von mir verbesserten Antrieb wird er der schnellste Podracer der Galaxis sein. Das glaube ich dir. Watto ist sicher, dass ich verlieren werde. Er wird bestimmt mit Ihnen wetten. Ich werde sehen, was ich tun kann. Hallo, Twi'leks. Tolles Oberteil, Twi'lek. Sehr, ähm, ähm, Twi'lekig. Genau. Genau, das war das Wort, wonach ich gesucht habe. Denn ich bin es, Qui-Gon Jinn. Freund des Twi'leks. Wenn Sie so schnell Geschäfte machen wollen, sollten Sie in Barbos Laden kommen. Wenn Sie gute Geschäfte machen wollen, sollten Sie in Barbos Laden kommen. Ja, dann komm rein. Ich bin drin. Barbo. Oh, jetzt hau doch nicht ständig ab. Barbo macht so schnell er kann. Da ballert jemand. Hört ihr das? Wer ballert denn hier die ganze Zeit? Hm. Also, Barbo. Ich fände es ganz cool. Wenn Sie gute Geschäfte machen wollen, sollten Sie in Barbos Laden kommen. Also, pff. Würde ich ja gern. Ich würde mich gern mit dir ein bisschen näher unterhalten, Barbo. Aber, okay, dann gehen wir mal in seinen Laden. Er scheint da jetzt hinzugehen. Gleich bringt das ja was. Ah, Barbo kommt. Geht doch. Wie Sie tauschen möchten? Barbo gibt Ihnen das Servo-Steuerungssystem für einen Treibstoff-Wandler und einen Repulsor-Booster. Ich glaube, wir sind uns einig. Barbo dankt Ihnen. Er ist sicher, dass Sie zufrieden sein werden. Ah. Cool. Das hat doch was gebracht. Anakin, ich hab was für dich. Ich versuche meinen Podracer rechtzeitig vor dem Rennen zu reparieren. Mit dem von mir verbesserten Antrieb wird er der schnellste Podracer der Galaxis sein. Bitte schön, kleinen Darth Vader. Alles, was ich jetzt noch brauche, ist ein Massekuppler und der Podracer ist fertig. Frohe Weihnachten und so. Ich werde sehen, was ich tun kann. Okay, jetzt brauche ich einen Massekuppler. Wir warten vor dem Rennen bei der Arena von Mos Espa auf Sie. Entschuldigung. Okay, äh, was, was kann ich jetzt noch machen? Wo muss ich hin? Was muss ich machen? Äh, ja. Die wollten mich prügeln. Habt ihr es gesehen? Was für fiese. Die sehen auch schwer bewaffnet aus. Was mit dir? Ich rede mal mit dem da. Äh, nee, hab ich nicht verstanden. Entschuldigung. Aus dem Weg. Hm. Bestimmt. Irgendetwas dabei, das Ihnen gefällt? Ich suche nach einem Massekuppler. Ja, ich habe einen Massekuppler. Aber wie ich hörte, haben Sie nur Republik Credits. Würden Sie es gegen etwas tauschen? Tut mir leid, aber Sie haben nichts, was ich brauchen könnte. Ich würde gerne eine tragbare Fusionsspule gegen den Massekuppler tauschen. Hm, wenn Sie eine Fusionsspule und einen Triebwerkskuppler hätten, würde ich die gegen einen Massekuppler tauschen. Äh. Und wo bekomme ich sowas jetzt? Hör auf, mich zu prügeln. Wollen Sie Gemüse aus hydroponischem Anbau kaufen? Die wollen alle Schläge, merkt ihr es? Die sind gar nicht so, so, äh, pazifistisch unterwegs hier. Hm. Habt ihr irgendwas Cooles? Boote, Boote, Boote. Boote, Boote, Boote. Da hat die mich geschossen. Ich habe es wieder gehört. Du bist der Java-Killer. Du bist der Java-Killer. Äh, oh, äh. Ich will mein Haus zurückhaben. Eine Gruppe von Banditen hat mich aus meinem Haus gejagt. Wo sind eigentlich die Wachen, wenn man sie braucht? Ich dachte, das hätte ich schon gemacht. Wie kann ich Ihnen helfen? Können Sie mir dabei helfen, diese Banditen aus meinem Haus zu jagen? Ich werde für Sie mit Ihnen reden. Sie sind gleich hier, die Treppe hoch. Ich dachte eigentlich, das hätte ich schon gemacht. Bin ich da gestorben und hab das irgendwie nicht gespeichert? Egal. Was wollen Sie? Was machen Sie hier? Wir haben hier nur ein paar Geschäfte mit unserem Nachbarn zu erledigen. Ich habe keine Zeit für Ihre Lügen. Wenn Sie nicht verschwinden, wird jemand sterben. Wenn Sie Ihr Heil in der Gewalt suchen, so werden Sie bald feststellen, dass ich ein ernstzunehmender Gegner bin. Hat der vielleicht ein Ersatzteil für mich? Danke. Die wollten mir alles wegnehmen, was ich habe. Kommen Sie in meinen Laden. Der hat bestimmt, was ich brauche. Ist das dein Laden? Das hatte ich doch eigentlich schon gemacht, oder? Ich schulde Ihnen was. Wenn es irgendetwas gibt, das Sie brauchen, so lassen Sie es mich wissen. Ich brauche einen Massekuppler. Ich glaube nicht, dass ich so etwas bekommen kann. Aber wenn Sie sonst etwas brauchen, fragen Sie mich einfach. Haben Sie sonst noch etwas, das ich gebrauchen könnte? Hier, nehmen Sie diese Triebwerkskuppler. Die sind ein Vermögen wert und vielleicht können Sie sie irgendwo eintauschen. Danke. Coole Sache. Kann ich bestimmt eintauschen. Nämlich, äh, das war... Oh Gott, wo muss ich jetzt lang? Orientierung und so. Echt nicht meine Stärke. Äh. Ich versuche meinen Potracer rechtzeitig vor dem Rennen zu reparieren. Ach so, jetzt weiß ich nicht, wo das war. Hier lang und dann irgendwo, äh... Da war dieser Händler, der hier irgendwo außen stand. Nicht der, sondern der da. Junge, ich... Ne, oder war es der andere? Sie sehen wie jemand aus, der eine Rancor-Lederjacke gebrauchen könnte. Irgendetwas dabei, das Ihnen gefällt? Ich suche nach einem Massekuppler. Ja, ich habe einen Massekuppler. Aber wie ich hörte, haben Sie nur Republik-Credits. Würden Sie es gegen etwas tauschen? Tut mir leid, aber Sie haben nichts, was ich brauchen könnte. Ich würde gerne eine tragbare Fusionsspule gegen den Massekuppler tauschen. Hm, wenn Sie eine Fusionsspule und einen Triebwerkskuppler hätten, würde ich die gegen einen Massekuppler tauschen. Habe ich keine Fusionsspule? Interessieren Sie sich für verdunste Ersatzteile? Hm. Meinst du, wenn wir einen Tag gucken, was habe ich denn da drin? Ich habe... Fusionsspule. Servosteuerungssystem. Oh, ich bin doof. Ich habe das Item nicht aufgehoben bei... Aus dem Weg! ...bei dem Händler eben, den ich gerettet habe. Das war... Oh, bin ich doof. Ich gehe immer davon aus, dass ich die Items direkt bekomme. Instrumentar, wenn ich irgendjemandem helfe oder irgendjemand mir sagt, hier, ich habe was für dich, aber... Du musst ja alles manuell aufnehmen. Und ich habe mich schon wieder verlaufen. Ach, Dungwürmer. Große, fette Dungwürmer. Das war hier. Ja. Jetzt habe ich es. Ich habe Ihnen die Triebwerkskuppler schon gegeben. Ist ja gut, ist ja gut. Ich will nichts von dir. Alles gut, alles chillig. Mach mal Platz. Uta, Uta. Ah, falscher Weg, falscher Weg. Ach ja. Ich hätte gerne bessere Kameraperspektive. Und das ist auch der falsche Weg. Wo geht es nur lang? Wo geht es nur lang? Wo geht es nur lang? Das war... Ah, okay. Da sind die. Sie sehen wie jemand aus, der eine Rancor-Lederjacke gebrauchen könnte. Irgendetwas dabei, das Ihnen gefällt? Ich suche nach einem Massekuppler. Ja, ich habe einen Massekuppler. Aber wie ich hörte, haben Sie nur Republik-Credits. Würden Sie es gegen etwas tauschen? Tut mir leid, aber Sie haben nichts, was ich brauchen könnte. Ich würde gerne eine tragbare Fusionsspule gegen den Massekuppler tauschen. Wenn Sie noch einen Triebwerkskuppler drauflegen, sind wir im Geschäft. Ich glaube, wir sind uns einig. Okay, dann nehme ich das mal. Und dann geht's ab zu Anakin. Der war ja... Darf ich mal Ihren Blaster sehen? Du bist der Java-Killer! Ja... Das hat ja auch lang genug gedauert. Ich hoffe, Sie haben nichts kaputt gemacht. Na ja, trotzdem danke, dass Sie diese Banditen verjagt haben. Das hat ja auch lang genug gedauert. Dankbarkeit sieht aber anders aus. Ich hoffe, Sie haben nichts kaputt gemacht. Na ja, trotzdem danke, dass Sie diese Banditen verjagt haben. Geht ihr durch? Da ist der Hot Racer von Anakin. Boah, ist das ein riesiges Areal. Oh, oh, oh. Ach, nee, komm. Ich nehme den anderen Weg. Dum-dum-dum-dum-di-dum-dum-dum-dum. Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Das hat ja auch lang genug gedauert. Du hast dochodleschaften nichts kaputt gemacht. Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum es ist alles verwinkelt hier das war hier rechts lang dann dadurch hierdurch okay ich gehe gerade wieder sehr komplex viel zu kommen nee da wollte ich gar nicht lang auch mann was lauf ich leute tschuldigung ich bin gerade echt hier wollte ich gar nicht lang ich bin wieder komplett falsch gelaufen ich muss noch mal da lang muss ich hören sie aufzudrängeln dann kann ich das anecken geben und dann muss ich noch der schnellste potracer der galaxis seien ich werde sehen was ich tun kann ich kann ja nirgendwo finden hat er etwas gesagt bevor er verschwunden ist er sagte er sei sehr durstig ich glaube er hat die hitze nicht sonderlich gemocht ich werde ihn finden viel glück vielleicht sollte ich mal in die taverne gehen wo war die taverne noch verzeihung gehen sie besser zur seite man hier beginnt gleich ein preiskampf wie sie ihn noch nicht gesehen haben aber ich wünsche ich könnte ein bisschen weiter vorausschauen es wurde schon erwähnt dass ich ich habe mich in der einen in der einen folge richtig gut verlaufen und bin statt oben links den gang direkt gerade ausgegangen und habe mit raketen auf droiden geschossen ja aber ich finde halt echt ist es echt schwer sich mit der kamera perspektive zu orientieren ich suche nur die bar wo ist die eine minimap wäre auch schön da ist die ball verzeihung wenn sie so weiter trinken werden sie die rennbahn bestimmt nicht mehr finden können ich kann fünf mal so viel trinken wie jemand der dreimal so groß ist wie ich wären sie vielleicht daran interessiert potracer teile zu verkaufen sind sie nicht ein bisschen zu groß für einen rennpiloten ich versuche anakin dabei zu helfen seinen potracer zu reparieren anakin ist ein guter junge wie kann ich helfen haben sie vielleicht potracer teile die sie tauschen möchten für 500 republik credits gebe ich ihnen einen treibstoffwandler ich glaube wir sind uns einig sagen sie anakin dass ich ihm glück wünsche und vergessen sie nicht auf mich zu wetten der droide redet nicht mit mir der droide redet nicht mit dem kann ich nicht reden verzeihung wo finde ich denn dann jetzt ja ja verzeihung ich hätte gedacht dass da in der in der kneipe irgendwas ist hey du komm her gib mir all dein geld sie brauchen mein geld nicht es tut ihnen leid dass sie mich damit belästigt haben ich brauche dein geld nicht es tut mir leid dich damit belästigt zu haben einen schönen tag noch hallo ich kann mir von dem rennen schon mal einen kleinen siegelström schon gut gehen sie ganz langsam zurück und lassen sie ihre hände wo ich sie sehen kann okay das bringt mir überhaupt nichts verzeihung wen könnte ich denn dann mal nach anakin fragen äh nach jaja wollen sie gemüse aus hydroponischem anbau kaufen ich habe nichts was sie brauchen könnten ich habe nichts was sie brauchen könnten toll jubeck fleisch frisches jubeck fleisch nur heute im angebot ich habe nichts was sie brauchen könnten ich habe nichts was sie brauchen könnten okay blumenwürmer zu verkaufen okay das hat mir jetzt extra viel leben gekostet das war nicht gut ah das war dumm das war richtig dumm gehen sie besser zur seite mann hier beginnt gleich ein preiskampf wie sie ihn noch nicht gesehen haben irgendetwas dabei das ihnen gefällt ich sehe mich nur um ich habe nichts was sie brauchen können ich verkaufe ton töpfe und teppiche hier ist das sklavenviertel du bist der java killer du bist der java killer das hat ja auch lang genug gedauert ich hoffe sie haben nichts kaputt gemacht naja trotzdem danke dass sie diese banditen verjagt haben hm du bist der java killer tja okay dann würde ich fast sagen dass ich mal kurz einen kleinen schnitt mache und dann sehen wir uns in der nächsten folge vielleicht finde ich ja dann endlich jaja bis dann java killer wäre eigentlich ein voll guter name für den programmierer okay tschau